Covid-19 überschreitet Staatsgrenzen. Genauso wie es radioaktive Strahlen, der Verlust der Biodiversität oder die Folgen des Klimawandels tun. Es sind globale Menschheitserfahrungen, niemand ist nicht betroffen. Globale Herausforderungen im 21. Jahrhundert erfordern ein neues Wissenschaftsverständnis. Und die Zitäten müssen ihre Rolle in der Weltgesellschaft neu definieren. Der Wissenschaft kommt eine zentrale Schlüsselrolle bei der Erarbeitung von nachhaltigen Lösungsoptionen globaler Herausforderungen der Menschheit zu. Der Global Risks Report des World Economic Forum listet umweltbezogene Risiken unter die Top 5 globalen Risiken der Menschheit auf. Es sind heute mehr Menschen weltweit aufgrund von Umweltzerstörung auf der Flucht als aufgrund von militärischen Konflikten oder Bürgerkriegen. 80 Millionen Menschen weltweit.